Moin Lodo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Minecraft Special. Diese Folge kommt etwas verspätet, aber ich denke mal, das ist nicht so schlimm. Ja, also heute bauen wir hier eine kleine Base. Ja, dass wir halt auch so eine kleine Base haben. Der Robert baut ja mein Haus, aber ja, können wir hier noch so eine Base reinbauen? Oh, was ist das? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Wo geht es hier hin? Ach so, ach so. Also hier kommt man dann quasi hier so hin. Und ja, unsere Base soll hier hinkommen. Der Robert hat schon so ein bisschen vorgezeichnet. Und den Rand, den machen wir jetzt einfach aus Stein hier so. Und dann, ja gut, mehr müssen wir eigentlich gar nicht machen. So, jetzt habe ich erst mal den ganzen Stein verbaut. Ich denke mal, hier hinten, das lassen wir einfach so. Es soll ja nicht wunderschön aussehen. Es soll ja nur zur Nutzung dienen. Ähm, ja, also wir brauchen noch ein bisschen Stein. Das, ja, den Stein hole ich jetzt einfach erst mal. So, das reicht jetzt. Jetzt erst mal würde ich sagen, weil wir wollen ja jetzt nur, ähm, ja, hier das noch vervollständigen. So, der Stein ist jetzt einfach erst mal. Der Stein reicht jetzt doch nicht. Also holen wir noch mal kurz Stein. Ähm, ja, also was anderes werden wir höchstwahrscheinlich jetzt in dem Video gar nicht mehr machen. Aber, ja, mal sehen. Vielleicht schaffen wir auch noch irgendwas anderes. Ich weiß es noch nicht. Und, ja, jetzt hole ich erst mal die Steine und dann sehen wir erst mal weiter. So, das reicht jetzt aber, ja, denke ich mal schon für das Dach. Ach, mehr brauchen wir ja gar nicht von Stein her. Ich weiß noch nicht, was wir noch machen. Aber, ja, für das Dach reicht das ja jetzt dicke. Und, ah, hier ist noch. So. Ja, sieht doch erst mal ganz okay aus, würde ich sagen. Ist jetzt nicht das Schönste, aber, naja. So, jetzt hätte ich gesagt, war es das eigentlich erst mal. Das Einräumen ist jetzt erst mal, ja, Nebensache. Das mache ich vielleicht nachher. Das ist, ja, einfach ein Bett rein oder so, weiß ich noch nicht. Und, ja, dann können wir noch mal rausgehen. Mal gucken, ob es vielleicht irgendeine neue Sache gibt. Aber ich glaube eher nicht. Gucken mal. Ja, sieht so ziemlich aus wie immer. Was wir mal machen könnten, ist in den Nether gehen. Ja, einfach mal so aus Spaß. Gehen wir jetzt mal in den Nether. So, da sind wir auch schon. Und wir sehen schon, hier ist auf jeden Fall Lava. Und hier war auch schon jemand. Aber, naja, wir können ja mal gucken, was hier so los ist. Wir könnten ja auch Quarz oder Netherite oder so farmen. Also, wir können uns ja ein bisschen graben. Oh, hier sind die guten alten Schweinedinger. Geil. Töten. Alter, die gehen ja hier richtig Damage. So, da sind sie down. Oh, die geben ja auch geiles Schweinefleisch. Ja, ich würde sagen, wir bauen uns jetzt hier irgendwo einen Gang oder so. Und farmen vielleicht mal. Also, mal gucken, ob wir irgendwas finden. Ich weiß es nicht. Also, entweder Quarz oder Netherite oder so. Naja, wir farmen mal. Wir haben uns jetzt ja noch einen Gang oder so. Drei? Wir haben Gold gefunden. Können wir ja einfach mal mitnehmen. Das hier ist Quarz. Also ja, das können wir einfach mal mitnehmen. Das reicht jetzt einfach erstmal. Jetzt müssen wir nur noch das Nether-Portal wiederfinden. Aber das ist, glaube ich, hier. Diese Schweine-Dinger. Die können auch nerven. Ah, da ist es. Hier steht auch einer. Moin. Was geht ab? So. Das heißt, wir gehen wieder in die normale Welt. Und das soll es dann eigentlich auch langsam gewesen sein. Außer, oh nee, jetzt ist hier so ein Kacktyp durchgekommen. Oh, ich habe ja nur noch ein halbes Herz. Uhuhuhuhu. Ess ich mal schnell. So, ansonsten soll es dann eigentlich gewesen sein von dem Video. Es ist wieder mal fast gar nichts quasi passiert. Aber naja, beim Robert gibt es zur Zeit mehr zu sehen. Der hat viel mehr zu tun zur Zeit mit dem Hausbau und so. Ja, also würde ich sagen, war es das mit dem Video. Natürlich wie immer an euch einen schönen Tag und ciao. Das war's.